In der Lektion geht es darum, dass Medien nicht mehr gefunden werden. Sowas sehe ich tatsächlich bei Kunden relativ oft, dass ein Projekt, was vielleicht schon länger nicht mehr bearbeitet wurde, geöffnet wird. Oder man hat den Rechner umgebaut und öffnet dann wieder ein Projekt. Und in beiden Fällen kommt es dann immer wieder vor, dass Medien nicht gefunden werden. Ich habe das jetzt bei mir mal absichtlich provoziert, dass ich einen Clip verschoben habe in ein anderes Verzeichnis. Und dementsprechend wird mir jetzt hier für diesen Clip in der Timeline so ein Platzhalter mit Warnzeichen angezeigt. Und wenn ich hier drüber gehe, sehe ich auch Media Offline. Nun gibt es verschiedene Konstellationen, in denen sowas passieren kann. Die häufigste ist wahrscheinlich, dass die Mediendatei, die dazu gehört, nicht mehr an dem Ort liegt, wo sie mal lag. Und dann geht der Verweis von Resolve quasi ins Leere. Das lässt sich aber Gott sei Dank sehr einfach beheben. Erster Schritt ist, dass ich mal die entsprechende Datei im Media Pool finde. Das geht über Rechtsklick auf den Clip. Ganz unten im Kontextmenü, man kann es jetzt leider nicht sehen, gibt es Find in Media Pool. Dann wird der Media Pool geöffnet und der entsprechende Clip selektiert. Jetzt habe ich den schon mal. Hier ist er im Media Pool. Da zeigt er mir natürlich auch an, dass der Clip nicht gefunden werden konnte. Und wenn ich jetzt da mit rechter Maustaste draufgehe, dann finde ich hier verschiedene Optionen, das Ganze zu reparieren, in Anführungszeichen. Replace wäre, den Clip mit einem anderen Clip zu ersetzen. Das ist also dann wirklich die harte Methode. Dann könnte ich ihm an der Stelle auch, wenn ich falsch auswähle oder das absichtlich mache, ihm hier einen ganz anderen Clip unterjubeln. Wir wollen aber wirklich sagen, okay, such dir wirklich den Original Clip und ich zeige dir, wo der jetzt liegt. Und in dem Fall finden wir hier Change Source Folder. Das war der Ursprungsordner, wo das Ganze lag. Und ich soll ihm jetzt sagen, wo dieser Ordner liegt. Gehen wir mal mit Browse hier rein. Und das ist auch auf meiner Videofestplatte. Wichtig ist natürlich, dass man weiß, wo das Ganze liegt. Zumindest muss man ihn dem Pfad mal sagen. Und dann kann ich das mal sehen. Und da habe ich jetzt einfach mal einen anderen Ordner angelegt, der heißt Südafrika. Da liegt dieser Clip jetzt. Und sobald ich ihm diesen neuen Pfad zeige, ist der Clip dann natürlich auch wieder verfügbar. Der sucht also an dem neu angegebenen Pfad nach einem Clip, der genau dieselben Daten hat, der quasi identisch ist zu dem Clip, der ihm verloren gegangen ist. Und wenn der sich dort befindet, dann wird der entsprechend verknüpft. Wenn, aus welchen Gründen auch immer, auch das habe ich bei Kunden schon gesehen, die Clips plötzlich anders heißen, dann kann das problematisch werden. Und dann kann ich mir aber immer noch, zumindest Clip für Clip, damit helfen, das Ganze über Replace Selected Clip neu zu verknüpfen. Dann muss ich aber wirklich darauf achten, dass ich den richtigen Clip auswähle, der dann mit meiner Datei oder mit meinem Platzhalter aus dem Media Pool verknüpft wird. Die Datei oder mit meiner Datei oder mit meiner Datei oder mit meinem Platzhalter auswähle, Untertitelung des ZDF, 2020